hallo willkommen zurück zum car mechanic simulator 2021 wir haben einen sehr lukrativen auftrag hinter uns und haben noch ein paar skill punkte zu vergeben die heben uns noch auf wir könnten jetzt investieren zwei skill punkte ab der ebene hier oben kostet das ganze aber auch schon zwei punkte eine runde wir könnten unser hart verdientes geld hier jetzt investieren wir könnten die werkstatt noch nicht erweitern aber wir könnten eine hebebühne dazu holen in der theorie waschanlage diagnosefahrt noch nicht aber eine wiederverwertung zum beispiel um teile zu reparieren aber wir haben gesagt wir machen jetzt einen ausflug auf den schrottplatz das hatte ich euch vor der letzten folge schon versprochen und dann habe ich einfach angefangen zu basteln das soll mir diesmal nicht wieder passieren wir können jetzt nämlich zum schrottplatz weil das geht erst ab level 5 und da sind wir jetzt mal gucken das kostet 500 credits da nur hinzufahren ich bin gespannt scheint ein großer schrottplatz zu sein wenn er so lange laden muss in der alten version war ja auch einfach nur ein bisschen verwinkeln gab es überall die schrotthaufen das ist hier bestimmt auch noch so guck mal sieht doch aber sieht ganz cool aus also kann man hier an die autos kann man die auch wilzen nee kann man nicht kann man nicht okay aber hier die schrotthaufen die kann man die kann man durchsuchen was sind da so drin ganz viele parts wunderbar wunderbar macht aber wenn ich jetzt nach guten teilen ausschau halte nehme ich die jetzt schon einfach mit oder gucke ich gezielt ich gucke erst mal gezielt was denn hier für wagen rumstehen die ich mitnehmen könnte ich könnte schwören das ist so ein alter volvo hier ne so ein fausen fossen walsen ein walsen ähm ist mir eigentlich relativ egal wie kaputt der ist boah ist schon gut kaputt mir ist wichtig was der kostet da wäre schon mal die hälfte von unserem geld weg könnte man machen wäre eine option so wir wollen ja ein auto wieder aufbauen was gibt es denn noch so ne hier an die autos kann ich nicht ran ich kann tatsächlich immer nur hier ja an diese haufen hier stehen gar nicht so viele autos rum ist das immer so da steht noch ein ganz alter da der pick up vielleicht was bist du denn für einer ein delray custom aha ja klassiker ne den kriegen wir nicht einfach so wäre schön die kann man bestimmt schön fertig machen aber 12.000 haben wir halt nicht das haben wir hier noch versteckt hier rum hier genau hier war dieser pick up oh hier ist neues modell nicht mehr viel dran ein xeo lx 550 ja kostet ohne die ganzen äh zusätze die man hier haben kann äh ohne sache immer noch zu viel das ist bestimmt auch so ein klassiker ne ein salem 1500 boah der ist cool den finde ich nice aber auch zu teuer das ist noch nicht drin das können wir noch nicht machen auch wenn er so an sich sieht er ja noch ganz gut aus ne aber wir können auch noch gar nicht irgendwie die karosserie oder so reparieren wir würden den sowieso gleich weiter verkaufen höchstwahrscheinlich ich würde eher gucken dass ich den halbwegs zusammengeklöppelt bekomme um ihn dann loszuschlagen mit gewinn was bist du haben wir dich nicht grad repariert ne ein sukara sukara super 13.000 wir gehen mal weiter Mensch der kostet so viel wie ein neuwagen hier ja ja nicht ganz aber passt aber hier ah hier sind doch einige modelle versteckt nur halt noch nicht in unserer preiskategorie elenti 7000 keine weiteren fragen ja hier steht noch ein modell auch ein klassiker ein tempest magnum 6300 auch zu viel also was wir machen könnten wäre der hier vorne mal gucken das mal abchecken aufhängung einmal durchprüfen also durch den typ kommt der nicht ja gut sicherungskasten nur keine sicherung mehr drin ich möchte gerne die aufhängung prüfen und so gut reparieren wir noch nicht ne das müssten wir wahrscheinlich alles neu machen oder aber drauf ankommen lassen kurbel wellenriemenscheibe uh ich meine wir haben jetzt 500 Tacken bezahlt nur um hier her zu kommen aha muss alles neu eigentlich ja 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 sie sind alles orange im orangenen Bereich würde ich es gelten lassen aber alles was so rot ist müsste dann schon getauscht werden achso haben wir schon aufhängung die hier haben wir noch nicht oder achsträger stabilisator tja ob das ein gutes Geschäft ist ups was holen wir da wohl raus 3.900 4.000 Credits haben wir noch 3,5 über dann müssten wir eigentlich erstmal einen anderen Auftrag machen um die ganzen Teile zusammen zu bekommen glaube ich mhm 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 mit 3,5 für Teile hinkommen bezweifle ich grad so ein bisschen weil hier fehlt ja einiges äh wir können den natürlich mitnehmen können einen Auftrag machen und den dann so Stück für Stück aufbauen aber wir können den warte mal warte mal warte mal warte mal walsen natürlich wir können natürlich den Schrott noch durchgucken was wir da für Teile für den finden ein walsen das Logo jetzt gar nicht parat hier ist nichts hier ist Untriebswelle Sakura Sitzambiente Nockenwellenrad nee hier ist nix da ist noch ein Häufchen ich weiß grad gar nicht wie das Logo von dem aussieht so krömer jo hör mal hast du was für ein walsen da ich brauch was für ein walsen so ziemlich alles he 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 Köö bis jetzt kein Glück hm Elenti tütütütütütütch hm scheint nicht mehr so viele Teile zu geben hm Also vor allem diese Karosserie-Teile wären halt interessant, ne? Reifen, die ganz gut im Schuss sind, aber halt auch nur einer mit einer speziellen Größe. Dahinter ist nix. Also, er ist unterteilt, der Haufen. Also viel für Salem, also für diesen, für den Pickup da hinten, den wir uns noch nicht erlauben können. Bis wohin ist die Markierung? Ah ja, hier vorne ist noch eine. Ne, das ist alles, ist das nicht das, was ich haben möchte. Den hier, den hatten wir wahrscheinlich schon. Oh, schönes, klassisches Lenkrad hier. Ist das nicht unser Logo? Ne, ne? Hm. Ich hatte mir den Ausflug anders vorgestellt. Irgendwie ergiebiger. Ist kein Schrott eingebaut. Hier ist noch ein großer Haufen. Das riecht aktuell erst mal danach, dass wir noch die Kampagnen weiter fahren sollten. Um ein bisschen mehr Kapital zu bekommen. Aber ich würde doch schon gerne auch an so einem Auto basteln. So ein Liebhaber-Projekt halt, ne? Aber wenn ich hier so gar, ups, so gar keine Teile mit denen finde, so nischt. Wenn ich mich nicht täusche, sind so Karosserie-Teile nämlich nicht ganz günstig. Hatten wir den? Den hatten wir bestimmt schon. Sakura-Bolt. Ja, für dich scheint es was zu geben hier. Irgendwann sind wir soweit. Dann kaufen wir das hier alles. Aufreparieren das. Restaurieren das. Und verbauen das dann wieder in die Fahrzeuge und dann geht's richtig ab. Hört der dazu? Das ist ein so ein Stapel. Gehen wir mal hier hinten rum. Den hatten wir. Da hinten komme ich nicht ran. Ach, hier ist aber auch einer. Zit, 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 zit. Kriegst ja viel hier, ne? Aber halt nicht alles. Hehe. Hm, hm, hm. Ich glaube, den hatten wir gerade. Tja. Tja. Also, dass ich so gar nichts für ein Auto kriege, das man hier mitnehmen kann, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das sieht so aus. Oder ist das das? Mir kommt dieses Logo so bekannt vor, aber... Wahrscheinlich täusche ich mich da. Nee, 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 nee. Äh, gibt viele schöne Teile, aber nicht diese klassisch eckig-kantigen, die wir brauchen. Die halt mal nicht. Das ist zum Heulen. Ich überlege gerade schon, ob ich den dann trotzdem einfach mitnehme und den mit, äh, neuen Ersatzteilen Stück für Stück aufbaue. Nur die Frage, ob das wirklich sinnig ist. Hm, 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 hm. Oldtimer-Rennreifen. Wir müssen dann natürlich da drauf, ne? Ich hänge fest. Das ist ein einzelner Haufen hier. Okay. Mann, Mann, Mann. In der alten Variante hat man doch immer noch irgendwie Karten oder Kisten gefunden eigentlich, ne? Das ist der gleiche, den hatten wir. Hier haben wir, glaube ich, auch schon reingeguckt, weil da steht der Hick ab. Äh. Nischt. Das macht mich traurig. Das ist nix. Hier kommt man auch nirgendwo in diesen Autos gibt's nix. Das war in der Vorgänger-Version anders. Da konnte man die Autos noch durchsuchen, looten. Rino Bianco klingt auch sehr gut. Wird die hier schon? Patagari Luxor. Ja, oder ich vercheck irgendwas mit der Fahrzeugbezeichnung. Und ihr schlagt alle die ganze Zeit die Hände vorm Gesicht zusammen. Oh nein, da hat er wieder ein Teil übersehen. Da hat er wieder ein Teil übersehen. Mann, 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 Mann. Was ist denn das für ein Noob? Den hatte ich, glaube ich, schon. Sakura, Olsen, Emden. Und Also, ich bin ja gar nicht davon ausgegangen, dass ich hier gleich alle Teile finde, aber ich dachte so zwei, drei vielleicht, dass man nicht alles komplett neu machen muss. Nee, das ist auch der andere, das ist dieser Neue, der da hinten stand. Auch das erste Teil, das ich dafür hier sehe. Also scheint das tatsächlich so zu sein, dass das manchmal spärlich gesät ist. Ich wette, wenn ich den jetzt mitnehme und wiederkomme, dann bekomme ich auf einmal die Teile hier. Und dann bekomme ich all die anderen nicht mehr, weil ich die dann benötige. Das geht bis hier vorne, das ist nicht der ganze Luxure, Walsen, ein Kotflügel, vorne rechts, aber ich glaube, der links hat gefehlt, nicht der rechts. Okay, jetzt weiß ich immerhin ja, dass das Ding heißt so. Habe ich es zumindest nicht übersehen. Eine Scheunenkarte, cool. Okay, nehmen wir Scheunenkarte, Scheunenkarte ist gern genommen. der Erinnerung nachstehende, aber auch nicht ganz so kostengünstige Fahrzeuge. Jedenfalls noch nicht in der Kategorie, in der wir uns gerade so bewegen. Der Rahmen, in dem wir handeln können. Servo-Pumpe. Servo-Pumpe. Nee, da ist auch kein Sporthaufen mehr. Das ist der Haufen hier. Ja, okay. Da haben wir nicht so viel Glück hier heute. Wir haben kein Glück heute, liebe Leute. Ei, ei, ei. Tja. Wir haben eine Tür. Nee, ein Kotflügel rechts. Wenn ich mir den hier so angucke, sollten wir den dann auch mitnehmen. Ach. wir machen das. Wir nehmen den mit. Gekauft und wir wollen zurück zur... Wo möchtest du das erworbene Fahrzeug parken? An der Werkstatt? So. Wir wollen auch zurück und wir haben einen Kotflügel dabei für 107 Credits in 10er Qualität. Wow. Mal gucken, ob wir irgendwie Richtung Reparieren kommen. Wobei, das dauert wahrscheinlich noch ewig mit den Karosserie teilen. Fraglich, ob das jetzt schlau war. Diese Entscheidung. Wo ist er denn? Steht wahrscheinlich draußen. Ja, da ist er. Ah, ich hänge den fest. So, da ist unser neues Fahrzeug. Fantastisch. Können wir hier gleich mal den Kotflügel ransetzen. Zack. Und dann sieht er doch schon wieder aus wie neu. Gut, Lenkrad fehlt noch. Ansonsten Cabrio Feeling. Soll jetzt auch nicht zu hell sein. Soll niemand blenden. Da machen wir uns da mal Stück für Stück dran. Ich baue den jetzt mal noch nicht auseinander. Ich park den mal um auf die andere Seite. Vom zweiten Tor parken vor der Eingangstür der Werkstatt platzieren. Was ist das denn? Ah, hier so an der Seite. Okay. Ja, cool. Dann lassen wir den da erstmal stehen. 3.500 Credits. Wir machen noch ein paar Credits und dann schauen wir mal wie viel Kohle wir bekommen und ob wir damit dann vielleicht schon was anfangen können oder noch zwei, drei weitere Aufträge machen bevor wir uns diesem guten Stück hier widmen weil spaßes halber mal geguckt ähm was brauchen wir denn nicht Karosserie Tuning ich hab hier auch noch gar nicht so richtig reingeguckt Karosserie Teile okay da kriegen wir die Teile dann ops was denn Tuning Body Tuning wo ist denn das Modell fausen fausen glaube ich guck mal hier war das mit au nein war es nicht va da ist er walsen walsen 1993 modell was kostet das denn alles so mal überschlagen Tür Tür das wären ja alleine schon 500 weg nochmal 250 die Stoßstange 350 300 wenn wir den jetzt komplett neu machen in der Karosserie ist schon das meiste von unserem Geld weg würde ich sagen ich würde den aber neu machen wollen nee dann warten wir noch dann machen wir noch einen Auftrag dazwischen okay das machen wir nicht mehr heute so schöner Blick auf unsere Werkstatt hier und mit dem Blick verabschiede ich mich ich sage danke fürs zuschauen lasst mir gerne einen Daumen da Daumen helfen immer vor allem den Neulingen wie mir hoffe es hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal ciao ciao